Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du die künstliche Intelligenz für Bildgenerationen in Canva nutzt. Wie du es siehst, befinde ich mich in der Arbeitsoberfläche von Canva. Was genau hier alles zu finden ist und wie du dieses anwendest, erfährst du in anderen Videos, die Videos sind in der Playlist zu finden. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was eine künstliche Intelligenz für Bildgenerierung eigentlich ist. In der heutigen Zeit von ChatGPT, OpenAI, Bing, Google und Co. ist es schon fast normal geworden, dass man eine künstliche Intelligenz nutzt. Das heißt, man nutzt eine Art Roboter, um etwas zu tun. Anders als bei ChatGPT bzw. anderen textbasierten künstlichen Intelligenzen kann man mit Canvas künstlicher Intelligenz ein Bild generieren lassen auf Basis eines Textes. Dies ist zu vergleichen mit Midjourney bzw. mit Bing oder Sonstiges. Gut, wie machst du das nun? Um dies zu tun, gehst du hier auf der linken Seite im Menü auf Apps und im Anschluss siehst du hier unter Beliebt bzw. unter Erstelle etwas Neues Text zu Bild. Gut, klickst du darauf, so sehen wir hier schon die Vorschau und zwar man gibt hier oben einen Text ein und der Canva Bildgenerator spuckt nun vier Bilder passend dazu aus. Wir klicken auf Öffnen und nun können wir direkt loslegen. Hier oben haben wir die Eingabemaske, darunter die Stile, in welchen die KI die Bilder generieren soll und darunter das Seitenverhältnis. Ich habe mir hier einen Text vorbereitet und kopiere diesen rein und zwar zeichne eine Maus, die einen Rucksack trägt und von einem Dorf in die Stadt reißt. Nun suche ich mir hier einen Stil aus, in meinem Fall möchte ich einmal ein Foto ausprobieren, bleibe im Quadrat und klicke nun auf Bild erstellen. Nun dauert das einen kleinen Augenblick und im Anschluss wird Canva vier Vorschaubilder erstellen. Wir sehen nun schon hier die vier Stile und zwar möchten wir nun hier eins nutzen, so klicken wir darauf und das Foto wird in das Projekt eingefügt. Das heißt hier, das hier, beziehungsweise das hier und so weiter. Wichtig hierbei zu wissen ist, das sollte kein passendes dabei sein, du hier deinen Text ändern kannst, beziehungsweise deinen Stil ändern kannst oder das Ganze nochmal erstellen kannst. Natürlich ist das Ganze noch in einem Anfangsstadium, was bedeutet, dass man sich mehr und mehr ausprobieren und mit anderen Begriffen hantieren sollte. Möchte man komplett neu anfangen, als beispielsweise, dass man hier nicht das Quadrat auswählt, sondern das Hochformat oder Querformat, so kann man hier auf neu anfangen klicken und hier wieder den Text eingeben. Ebenfalls kann man unser Stile alle ansehen und wir sehen hier nun schon, dass wir eine breite Palette an verschiedenen Stilen haben. Möchtest du nun dein Bild exportieren, so kannst du hier oben rechts auf Teilen klicken und auf Download. Nun kannst du dieses Bild hier als PNG speichern. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits und zwar möchtest du dein Canva-Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den Canva-Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Canva. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein Canva-Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.